Im Folgenden sehen Sie, was Sie beim Maßnehmen für die Klemmmontage unserer Lysel Rollos beachten müssen. Wir bieten verschiedene Rollomodelle, die sich standardmäßig oder mit optional wählbaren Klemmträgern zur Montage ohne Bohren eignen. Ihr Rollo sitzt nach der Montage direkt auf dem Fensterflügel. Um möglichst genau zu messen, nutzen Sie ein Metallmaßband. Messen Sie damit für die spätere Klemmmontage zuerst die Breite der Fensterfläche. Wählen Sie nun im Shop mindestens die nächstgrößere Variante aus. Sie können auch Ihre Wunschbreite angeben. Hier empfehlen wir, zur gemessenen Breite den gewünschten Überstand zu beiden Seiten zu addieren. Automatisch wird dann die passende Breite ausgewählt und das Rollo vor dem Versand für einen geringen Aufpreis individuell für Sie gekürzt. Achten Sie aber auf jeden Fall darauf, dass trotz Überstand über die Fensterfläche der Fenstergriff beim Öffnen und Schließen Ihres Rollos nicht stört. Um die richtige Höhe Ihres Rollos zu ermitteln, messen Sie die Höhe des gesamten Fensterflügels von dessen Oberkante bis zu dessen Unterkante aus. Unsere Rollos bieten wir in drei Höhen an. Wählen Sie die Höhe, die mindestens der Höhe Ihres Fensterflügels entspricht. Auch hier gilt, dass wir die Höhe gegen einen geringen Aufpreis gern an das von Ihnen gewünschte Maß anpassen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit dieser Anleitung weiterhelfen und freuen uns auf Ihre Bestellung.